Hallo Leute, weiter geht's bei LEDs. Ich habe mittlerweile wieder ein paar Tage nicht gespielt und deswegen muss ich erst wieder ein bisschen die Steuerung reinfinden, würde ich sagen. Äh, was haben wir hier? Oh mein Gott! Ganz viele wertvolle LEDs. Oh, ich habe einen übersehen. Kommst du her? So. Ja, theoretisch möchte ich jetzt zu den anderen Omegas gehen. Allerdings, was gibt es denn hier? Außer, ja, jede Menge LEDs. Würdet ihr bitte herkommen? Zack. Hier haben wir noch einen Stein. Oh, da kann ich buddeln. Und da ist was Böses. Und da ist... Lass mich in Ruhe. Erstmal hier das kleine Gebiet ansehen. Schnapp sie dir. Komm schon, du kleines Schweinchen. Und zack. Sehr gut. Da könnte ich auch wieder schwimmen gehen. Warum? Aber erstmal würde ich gerne... Wer buddelt denn nochmal? Wer buddelt denn nochmal, verdammt? Du kannst weggehen und dafür nehmen wir den da. Der kann buddeln. Hm, es ist schwer wieder reinzufinden, wenn man das ein paar Tage nicht gespielt hat, merke ich gerade. Äh, komm mal da weg. Du buddel mal bitte hier. Och, was denn? Hier buddeln, danke. Und rein da. Wui! Ja gut, ich würde sagen, hier unten ist mehr oder weniger Jackpot. Äh. Hab sie alle nicht erwischt. Na, hier können sie auch nicht flüchten, deswegen können wir uns eigentlich Zeit lassen. Ich sollte vielleicht bald mal wieder ein LED aufstufen, beziehungsweise ein Omega davon. Äh, wenn wir 1000 haben, ja. Dann können wir das machen. So. Ähm. Wow. Random LEDs. Hier waren wir aber schon mal, oder? Ich glaube, ja. Hä? Was? Wo sind wir denn jetzt? Hier waren wir schon mal. Und du, kleines Schweinchen, dich sehe ich. Dich nehme ich auch noch mit. So. Aber dann würde ich gerne wieder schwimmen. Das bist du. Und. Ab geht die Fahrt. Niaum, niaum, niaum. Da drüben war ich doch jetzt, oder? Kam ich jetzt bei einem anderen Loch raus? Ja, ich nehme es an. Okay, weg mit dir. Weg mit dir. Ah, fucking. Lass mich da durch. Schnell schwimmen. Hier ist bestimmt wieder... Hier kann ich nicht. Warum kann ich hier nicht? Nee, hier kann ich nicht schwimmen. Ja gut, dann halt nicht. Nee, ich kann hier nur wirklich beim Strand schwimmen. Ich frage mich jetzt gerade, kann ich den Wasserfall runterschwimmen? Quasi per Kaskade? Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich bin hier mehr oder weniger falsch. Ich bin hier sehr falsch. Ich komme hier gar nicht weiter. Muss ich denn durch das komplette Gebiet schwimmen, oder was? Ich meine, seht euch das an auf der Karte? Das ist ein riesen Gebiet. Da unten im Wasser. Wo komme ich denn nochmal ins Dorf zurück? Ah, geht weg. Gut, ich bin's los geworden. Diese anhänglichen LEDs, die nerven ein bisschen. Da hoch komme ich noch nicht. Erst wenn ich alle Omega-LEDs bei mir habe, gut zu wissen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir halt doch zuerst. Hm, ich sehe mir gerade die Karte an. Ja gut. Gehe zuerst zu dem da oben. Das bitte wegschieben. Das bitte noch weiter wegschieben, danke. Und dann hoffe ich, kann ich jetzt da irgendwo ins Wasser gehen. Aber ich versuche ihn noch mitzunehmen, danke. Jetzt bin ich wieder falsch. Ich bin jetzt wieder komplett falsch. Was? Oder? Ne, ne, ne. Moment. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt echt so viele Möglichkeiten. Ne, hier links möchte ich gerne irgendwo. Ihr links. Macht bitte den Stein weg. Ein bisschen weiter weg, wäre cool gewesen. Naja. Nicht ins... Das war... Hallo? Ja gut, dann halt so. Das war irgendwie ein bisschen nutzlos. So, hier waren wir bereits schon mal. Haben alles abgegrast eigentlich. Hallo Schweinchen. Dich nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt können wir doch da rüber gehen. Ihr zwei, ihr kommt auch noch mit. So, wo ist mein Schwimm-Omega? Du bist da. Zack, und da rüber. Miaum. Vielleicht finden wir noch was anderes. Ich glaube zwar nicht. Ne, da unten waren wir. Heißt, hier sollten wir richtig sein. Oh. Hm. Ich komme da... Was? Ich komme da nicht durch? Ich komme da... Nicht durch. What? Doch irgendwo von oben? Was soll denn das jetzt hier? Ich komme ja auch nicht da hoch. Shit, das ist wirklich der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, oder? Dann gehen wir doch wieder nach oben. Irgendwo da oben muss es doch zu diesem LED gehen. Anders geht es ja gar nicht. Anders geht es ja wirklich nicht. Habe ich hier... Nicht die Palme. Hier kann ich doch bestimmt ins Wasser, oder? Kann ich, na also. Dann haben wir hier gleich noch eine Bucht. Wo bestimmt irgendwas ist. Was ist hier? Was ist das? Moment, ich versuche mal was. Ich versuche mal was. Dich wechseln wir mal aus. Und zwar... Wo ist es? Da ist es. Spiele mal bitte deine Melodie. Wo bist du da? Und? Da ist nix. Warum ist da nix? Naja gut. Dann versuchen wir es noch mit dir hier. Dem Radar Omega. Vielleicht ist hier ja... Das muss doch irgendwas sein, oder? Nee, hier ist scheinbar gar nix. Warum ist hier gar nix? Okay, das wird bestimmt irgendwann noch wichtig. Ich wette, hier kommt dann der Bosskampf, oder so. Na ja gut. Na ja gut. Gehen wir hoffentlich hier unten entlang. Ja, das sieht doch aus wie ein Weg. Na also. Da läuft was rum. Da ist bestimmt der Omega. Hier kurz noch herumschippern. Da ist was auf dem Boden. Ein Zeichen. Was zum... Ja, der... Lass mich in Ruhe, Mensch. Was? Da sind Omegas aufgetaucht. Äh, Omegas. LEDs. Ja, nee, so... Was zum... Habt ihr das gesehen? Okay, ich würde gerne mal in Ruhe... ... wieder mein Erd-Omega hervorholen. Ihr Buddeln! Und mich in Ruhe lassen, bitte. Rein da. Dann bin ich da oben. Was ist hier? Das sieht doch schon aus wie ein Propeller quasi. Ich wette, hier kann ich dann mit dem Wind irgendwas aktivieren. Aber was? Ich komme da nicht zur Batterie rüber. Nein. Äh... Buddeln? Hier? Tatsache! Da kann ich die Dinge ausbuddeln. Schnell! Sehr gut. Wir buddeln hier einfach mal alle diese Platten frei, okay? Lass mich in Ruhe, du... Vieh, du! Los, hier noch. Schnell! Was muss ich jetzt machen? Ha! Ha! Es muss denn diesen Windstoß geraten. Denn... Warum hat's nicht geklappt? Was machst du da mit mir? Ich brauche gar nicht alle Platten, oder? Ich muss irgendwie da reinlocken. Irgendwie. Warum klappt's nicht? Da, jetzt! Jetzt! Ich kann mich aber... Warum kann ich mich da nicht bewegen? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Ich muss sie ja denn irgendwie einfangen können, oder so. Hä? Geh jetzt da rein! Ah, ich musste das einfach nur ein paar Mal machen, verstehe. Du hast ein Wind-Omega erhalten. Okay, gut. Wind. Dieses Omega besitzt die Macht über den Wind. Es kann einen Wind in seine Blickrichtung entsenden. Schön, cool. Sehen wir dich doch gleich mal in groß an. Ähm, ja, mach eine Wattladung. Dann weiß ich auch gleich, wie viel du brauchst. Du brauchst 2000. Du siehst aber irgendwie cool aus. 4.500, 3.000, 3.000, 10.000. Du brauchst noch 3.500. Geh mit dir noch ein paar Watt hier, komm. Warum nicht? 150. Ja, das passt schon. Ich war eigentlich dabei, diesen hier weiter zu entwickeln, aber... Ist ja egal. Im Optimalfall können wir das mit allen machen, okay? Okay, wie kam ich jetzt nochmal da hoch zu diesem... Ähm... Windteil da? Ah, hier durch das Loch durch. Hier rein. Hui! Jetzt kann ich hier irgendwas aktivieren. Aber was? 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 Ah, jetzt. Was hat das jetzt gebracht? Ah, jetzt kann ich da rüber hüpfen. Mit dem Idealfall jetzt irgendwo... Was? Nein, was? Das war jetzt nur eine Abkürzung, oder? Das war jetzt nur eine Abkürzung. Wo habe ich denn jetzt die Batterie gesehen? Hä? Was? Wo habe ich jetzt die Batterie gesehen? Da oben. Irgendwie muss ich da hinkommen. Aber wie? Warte, warum willst du nicht ins Wasser? Wie kam ich da nochmal hin? Gar nicht. Ah, von oben. Ich will jetzt diese Batterie haben. Ich muss die Batterie haben. Außer mir fehlt immer noch was. Ich glaube einfach mal, damit das hier was... Oh, muss das jetzt sein? Ich habe einfach so das Gefühl, dass wir irgendein... Muss das jetzt sein, du dämlich Haufen Scheiße? Du sollst jetzt da durchgehen. Ohne ins Loch zu fallen, okay? Ja, sorry für den unnötigen Laufweg jetzt, aber... Das muss doch irgendwie gehen. Das muss irgendwie gehen. So. Komm her, mein Omega, wir schwimmen eine Runde. Nyaum. Ich muss irgendwas übersehen haben. Irgendeine Möglichkeit. Da kam ich hoch, genau. Muss ich gerade nochmal suchen. Ähm, aber... Einfach nur hier runter, oder? Ja, na also. Beinahe eine große Batterie nicht mitgenommen. Das wäre nicht so cool gewesen. Okay, gut. Dann können wir uns zum vierten und vermutlich letzten... Äh, würdest du bitte irgendwo an den Strand gehen? Danke. Vierten und letzten Super Omega da holen. Aber wie komme ich da hin? Ne, bestimmt auch von hier. Von der rechten Seite klappte es ja nicht. Ha. Ne. Falsch. Wo ist mein starkes Vieh? Ich wechsle wieder aus. Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen. Wo bist du? Da bist du. Ja, ich habe euch gesagt, ein paar Tage sind vergangen, seit ich das letzte Mal LEDs gespielt habe. Weil, ich muss ganz ehrlich sein, irgendwie hatte ich nicht wirklich Bock, es wieder zu spielen. Ich weiß nicht. Ich muss immer wieder sagen, ich finde es fantastisch von der Idee her. Aber irgendwie sich dann daran zu setzen und es wieder zu spielen, hatte ich bisher nicht so wirklich Bock drauf. Ich verstehe auch nicht ganz weshalb, weil es ist ein gutes Spiel. Es ist ein fantastisches Spiel. Und jetzt, wo ich wieder dran sitze, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt wieder weiterspiele. Denn wie gesagt, ich finde es toll. Ich finde es wirklich gut. Ich muss mich nur ein wenig aufraffen. Oh, hier. Bestimmt. Was? Ne. Ich war jetzt der festen Überzeugung, dass ich hier vielleicht das Ding finde. Das rosa LED. Naja, man kann nicht alles haben. Bekanntlich. Es wäre zwar schön, wenn man alles haben könnte, aber... Was ist hier noch für ein Strand? Hier ist auch nichts? Hä? Bei solchen kleinen Stränden denke ich mir dann immer so... Ah, da muss doch was sein. So, hier. Mach das Ding kaputt. Halt, hier ist ein Rätsel. Kann ich das irgendwie... Da ist irgendwas. Aha. Da ist irgendwas. Erstmal noch die zwei. LED ist hier. Zack. Und nun, bitte verschiebe das Teil da. Ähm, verschiebe bitte das Teil da. Aber komplett, bitte. Nein, du sollst es verschieben. Äh, hallo? Also. Sich richtig positionieren. Das ist hier das Geheimnis. So, und vielleicht nochmal. Dann habe ich eine Brücke. Ja, jetzt habe ich eine Brücke. Ja, jetzt habe ich eine Brücke. Das ist eigentlich gut. Ja, okay. Dann machen wir uns hier eine Brücke. Irgendwo müsste das Omega doch sein. Da ist es. Was macht es da? Was macht es da? Produziert es Wasser oder nimmt es Wasser auf? Das verstehe ich jetzt gerade noch nicht so richtig. Na ja. Wir machen hier auf jeden Fall... Ah, ich glaube, ich verstehe. Wir... Hä? Wieso komme ich jetzt hier nicht rüber? Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Wir stauen das Wasser. Wir stauen es irgendwie. Jetzt komme ich aber... Hä? Ah, doch. Ah, es ist total simpel eigentlich. Man kann hier überall rüberspringen. So, Wasser gestaut. Ja, es nimmt Wasser auf irgendwie. Du hast ein Schwamm-Omega erhalten. Okay, auch nett. Auch nice. Oh, das könnte das Ganze ein bisschen kompliziert machen. Hm, das besitzt die Macht der Aufnahme. Es kann Wasser aufnehmen. Ja, das ist ja gut. Aber wo kann es das überall? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kannst du es komplett hier? Was? Muss ich da gedrückt halten? Was? Was? Hier. Irgendwie klappt das nicht ganz so gut, wie ich das gerne gesehen hätte. Naja, was soll's. Naja, was soll's. Ich würde behaupten, wir gehen jetzt durch diese Tür da. Wie komme ich da hin? Shit. Muss ich jetzt wieder den ganzen großen Umweg machen? Äh, würdest du mich bitte darüber schwimmen? Danke. Ja, ich muss scheinbar den ganz großen Umweg machen wieder. Oh, ich hab ne Idee. Hier in diesem kleinen Gewässer. Ich wette mit euch. Das hier wird leer gemacht und dann ist da ein rosa LED drin. Ja, gut. Das hat jetzt nicht unbedingt den Effekt gehabt, den ich gerne gesehen hätte. Ja, fuck. Oh, dann halt nichts. Wir können scheinbar nur solche kleinen Gewässer leer machen. Gibt's davon noch mehr? Da gibt's noch mehr. Da bei unserem Bus zum Beispiel. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal zum Dorf gehen natürlich. Weil da ist diese große Tür, wo wir nur mit allen vier Omegas durch können. Da gehen wir jetzt kurz hin. Wir stellen uns vor das Tor hin und dann würde ich sagen, reicht es auch für heute. Shit, irgendwas ist passiert. Ich hoffe, alles geht wieder. So, ob wir diese Tür aufkriegen oder nicht, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn das war's bereits hier für heute mit LEDs. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.